Lieber Steinbock, im Juli 2020 können ungelöste Probleme aus der Vergangenheit wieder auftauchen, vor allem im Bereich der zwischenmenschlichen Partnerschaften. Wenn du unzufrieden in einer privaten oder geschäftlichen Partnerschaft bist, dann wird es Zeit sein, zur Klarheit zu gelangen. Du solltest deine Aufmerksamkeit auf deine emotionale Bedürfnisse richten. Und dann haben wir Merkur im Krebs rückläufig bis zum 11. des Monats. Die Beziehungs-, Wohnungs- und Familienthemen können bei vielen Steinböcken eine besondere Herausforderung darstellen. Spaltungen, Konflikte und Prozesse, die aus der Vergangenheit herrühren, werden jetzt beendet. Am ersten haben wir einen Sextil, Sonne Uranus. Am Anfang des Monats kann eine Situation entstehen, in der es dir gelingen wird, deine besondere Gabe zu erkennen und diese zum Ausdruck zu bringen. Beim Thema Geld und Finanzen könnte man mit diesem Aspekt ein gewisses Risiko eingehen. Zwischen zweiten und dritten des Monats geht dein Planetenherrscher, Saturn, rückläufig in deinen Zeichen. Bis zum Jahresende solltest du auf dich und deine Bedürfnisse mehr achten. Es ist wichtig, dass du an dir arbeitest und mit der Vergangenheit abschließt. Das ist umso mehr der Fall, wenn du dich seit einigen Monaten einsam fühlst. Zwischen 4. und 5. Juli haben wir einen Vollmond in Steinbock, also in deinem Zeichen. Es wird dir klar sein, wovon du dich in deinem Leben befreien musst, damit es dir besser geht. Du solltest dich vor allem von schlechten Gewohnheiten und Gedankenmustern verabschieden. Zwischen 6. und 11. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Mars. Bis zum Monatsende können ernsthafte Konflikte oder Unannehmlichkeiten mit einem Mitmenschen stehen. Am 12. geht Merkur zum Glück wieder direkt in Krebs. Das heisst, der Kontakt zu jemandem dürfte sich vereinfachen. Ab diesem Datum können bestimmte Unstimmigkeiten einfacher besprochen und geklärt werden. Zwischen 13. und 21. des Monats bildet die Sonne eine Opposition zu Jupiter, Saturn und Pluto in deinem Zeichen. Dieser Aspekt ist ein zweischneidiges Schwert. Manche Menschen werden einen großen positiven Schritt in ihrer Entwicklung machen, während andere schwierige Erfahrungen erleben werden. Zwischen 19. und 20. haben wir einen Neumond in deinem Partnerschaftssektor. Bis Anfang August wirst du ein verstärktes Bedürfnis haben, mit einem Menschen zusammen zu sein. Neue Unternehmungen in den Bereichen der Familienwohnung, Situation oder Partnerschaft sind möglich. Am 22. tritt die Sonne in Löwe ein. Ab diesem Datum können sich bestimmte Emotionen intensivieren. Es kann geschehen, dass du dich zunehmend mit den Inhalten anderer beschäftigst. Zwischen 23. und 27. machen Venus und Neptun einem Quadrat. Die Kommunikation mit einer Frau dürfte nicht einfach sein, entweder weil man Missverständnisse hat oder weil es Lügen und Intrigen gibt. Zwischen 25. und 31. des Monats bilden Merkur und Mars einen Quadrat. Und gleichzeitig macht Merkur eine Opposition zu Jupiter. Also haben wir einen T-Quadrat im Himmel. Für dich heisst es ein Thema, das du am Monatsanfang als erledigt betrachtet hast, dürfte wieder am Monatsende vorkommen. Mein lieber Steinbock, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Juli 2020. Wenn du aufgrund der Weltgeschehnisse und Weltkonstellationen, die auf uns zukommen werden, eine Beratung haben möchtest, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir viel Glück. Alles Gute für Juli 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.